Alles klar! Hallo, servus Leute! Ich bin der Dumme, manche kennen mich schon, wenn ich nicht kennt. Peace! Ja, wir sind jetzt schon ein bisschen länger hier. Drei Monate habe ich eben gehört. Kann schon sein, das kann sehr gut sein. Ich habe die Wochen gar nicht gezählt. Auf jeden Fall. In all den Wochen haben wir uns immer wieder eine Frage gestellt. Was kann man so dagegen machen? Da werden überall Bomben geschmissen. Gaza wird gerade komplett weggepumpt. Und was können wir dagegen tun? Im Moment sind jetzt überall in Deutschland ja große Demonstrationen gegen die Aktion in Gaza. Und man merkt halt, alles bleibt beim Alten. Es läuft einfach weiter. Es wird einfach darauf geschissen, dass wir da stehen und schreien. Das ist mir klar geworden. So, wir stehen jetzt, wie gesagt, schon ganz Deutschland in über drei Monaten. Ja, ich habe mir auch Gedanken gemacht, was man halt tun kann. Habe ich eine kleine Rede geschrieben. Das sind so paar Wörter. Das ist ein bisschen neister. Ja. Ja. Es mag jetzt komisch kringeln. Aber ich sage euch eine Sache. Ja. Heute ist der Tag. Der Richter wird verklagt. Heute wird das Lübel an der Wurzel geparkt. Heute ist der Tag. Und gestern ist vorbei. Und bleiben wir dabei, sind wir vielleicht übermorgen frei. Heute ist der Tag. Der Richter wird verklagt. Jetzt wird das Lübel an der Wurzel geparkt. Heute ist der Tag. Und gestern ist vorbei. Und bleiben wir dabei, sind wir vielleicht übermorgen frei. Aufhören zu funktionieren. Wir müssen aufhören zu funktionieren. Aufhören zu funktionieren. Alter, gestern ist vorbei. Und morgen kommt bestimmt wenig festgekettet Teilen. Ich will fliegen mit dem Wind, mich hör auf zu funktionieren. Ich hör auf zu funktionieren, ich hör auf zu funktionieren, ich hör auf zu funktionieren, hör auf zu funktionieren, ich hör auf zu funktionieren. Ich hör auf zu funktionieren, weil wir ohne was zu merken in Bomben investieren, die in Gaza explodieren. Hör auf zu investieren, hör auf zu funktionieren. Heute ist der Tag, der Richter wird verklagt, jetzt wird das Jubel an der Burt geparkt. Heute ist der Tag und gestern ist vorbei und bleiben wir dabei, sind wir vielleicht übermorgen frei. Heute ist der Tag, der Richter wird verklagt, jetzt wird das Jubel an der Burt geparkt. Alter, heute ist der Tag und gestern ist vorbei und bleiben wir dabei, sind wir vielleicht übermorgen frei. Aufhören zu funktionieren, aufhören zu funktionieren, aufhören zu funktionieren. Hey, wir müssen aufhören zu funktionieren, aufhören zu funktionieren, aufhören zu funktionieren. Leute, wir müssen neue Wege finden Neue Wege finden, müssen neue Wege finden Neue Wege finden, müssen neue Wege finden Neue Wege finden, zusammen, zusammen, zusammen Gestern ist vorbei und morgen kommt bestimmt Will nicht festgekettet sein, ich will fliegen mit dem Wind Alter, gestern ist vorbei und morgen kommt bestimmt Will nicht festgekettet sein, ich will fliegen mit dem Wind Ich hör auf zu funktionieren Hör auf zu funktionieren, ich hör auf zu funktionieren Hör auf zu funktionieren, ich hör auf zu funktionieren, ich hör auf zu funktionieren. Weil wir ohne was zu merken, in Oben investieren, die in Gaza explodieren. Hör auf zu investieren, hör auf zu finanzieren, ich hör auf zu funktionieren. Bravo! 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 Oh, da hast du die Kleintrommel dabei! Oh ja, egal, irgendwie die Trommel.